Herzlich Willkommen zurück zu Super Mario 64, meine lieben Freunde, wir stehen vor einem ganz geheimen schwarzen Kasten. Was mag das wohl bedeuten? Gucken wir es uns an. Jawohl, wir gehen dann nämlich hier einfach rein. Und oh mein Gott, es ist schon wieder ein Unterwasser-Level. Ja, was hätte es auch anderes sein sollen, dass das Bonus-Level hier in der Unterwasser-Welt auch ein Unterwasser-Bonus-Level ist. Die Überraschung hält sich jetzt in Grenzen. Und in diesem Bonus-Level wird eigentlich nichts anderes gemacht, außer vier bzw. acht rote Münzen natürlich zu sammeln. Und dann gibt es für uns einen kleinen Bonus-Stern. Also es gibt abseits der stinknormalen Kurse, der ganz normalen Level, gibt es eben auch noch solche Geheimräume. Und die sind quer im Schloss verteilt. Und da macht man sich eigentlich immer auf der Suche nach diesen sechs, äh, acht rote Münzen. Das ist hier natürlich super simpel, weil es einfach nur ein viereckiger Kasten gefüllt mit Wasser ist, wo man mal eben seine, äh, ja, Münzen abschwimmt. Das ist jetzt wirklich kein großer Act. Und, äh, jetzt haben wir es auch gleich schon. Dann haben wir diesen Bonus-Stern abgesucht. Und wir werden dann das Level auch verlassen, weil ich den Rest echt erst machen möchte, wenn wir die ganzen Extras haben. Denn, äh, wir wären auf 99 Münzen gekommen beim letzten Mal und das ist mir einfach zu blöd. Und deswegen machen wir das einfach erst im spätere, Entschuldigung, im späteren Verlauf des Spiels. Ein Geheimverständnis des Schlosses. Eigentlich kein großes Thema. Wir speichern das Spiel ab und gehen direkt weiter. Also wir verlassen jetzt hier eben diesen Kursus und suchen uns das nächste Türchen. Ich gucke mal, wo gehen wir das nächste lang? Ah, ich würde sagen, wir gehen mal da drüben lang. Da haben wir nämlich eine weitere Tür mit drei Sternen. Und die möchte ich nun als nächstes öffnen. Und das dürfte doch dann eigentlich die Schneewelt sein, oder? Ja! Es ist die Schneewelt und die mache ich ganz besonders gerne. Die ist saukool. Auf die freue ich mich jetzt hier erst. Und mit einem wunderschönen Dive reingesprungen. Der Biberberg, Bob! Jawohl! Rutscher auf der Eisbahn, denkst du dir. What the fuck? Was ist das denn? Aber das ist eine wirklich supergeile Sache. Alle anderen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr. Sie am besten zuerst. Im Schornstein nach dem Rechten. Also du kriegst hier den Hinweis, dass du erstmal in den Schornstein sollst. Das machen wir auch direkt. Und hier wartet auf uns eine Rutschbahn! Yeah, Baby! Wir sollen einfach nur eine Rutschbahn jetzt hier abfahren. Und überleben vor allem. Weil die teilweise recht gemein ist. Hier geht es ganz... Ja, geht das Ganze natürlich noch. Aber später... Hier war der Hinweis im Übrigen auf eine geheime Abkürzung. Die nehme ich jetzt gleich gar nicht. Hm, hätte ich es mal lieber getan. Denn... Einfach nur die Eisbahn runterrutschen, das ist ein bisschen simpel. Nee, es ist wirklich so. Es gibt keinen Haken. Und... Ja, im späteren Verlauf kommt quasi der Haken. Da musst du dann nämlich gegen ein Pinguin rennen. Also gegen ein Pinguin ein Rennen veranstalten. Und da darfst du nicht abkürzen. Und ansonsten gibt er dir den Stern nicht. Und beschimpfe dich nämlich quasi als Betrüger am Ende des Rennens. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich die Strecke erstmal normal abfahren. Damit ich mich direkt schon mal an den Kurs gewöhne. Aber nachdem wir da die Abkürzung gar nicht benutzen dürfen, dann macht es eigentlich auch Sinn, dass ich die euch jetzt hier zeige. Denn... Wie gesagt, da kann man halt auch hier nicht runterfallen. Das ist das Schöne an diesem... An diesem Kurs. Man kriegt hier noch ein paar extra Leben. Und man ist dann direkt tatsächlich im Ziel. There we go. Und wenn wir da oben bleiben, dann kriegen wir auch diesen Stern. Kann es sogar sein, dass man den sogar nur mit der Abkürzung kriegt? Weil ich mich jetzt gerade frage, ob man sonst die Chance hat, hier hochzukommen. Was ist denn jetzt der Stern? Ist der jetzt runter? Aber hier ist nämlich der Pfeil. Was ist denn der Pfeil? Oder war das denn draußen? Ne, der war draußen dann, ne? Weil mit Wandsprung kommst du da nämlich doch nicht hoch. Ich glaube, man musste sogar die Abkürzung nehmen. Jetzt bin ich mir selbst nicht mehr sicher. Aber jetzt... Wo ich das so sehe, glaube ich, ist man sogar... Verpflichtet... Ja, da ist er. Okay. Ist man sogar verpflichtet, die Abkürzung zu nehmen, weil man es ansonsten gar nicht schaffen kann, da hochzukommen. So, und damit hätten wir dann auch schon den ersten Stern aus diesem Kurs, aus Kurs Nummer 4. Und da haben wir auch gerade einen Pinguin gesehen. Dieser Pinguin wird jetzt gleich eine Rolle spielen. Ja, Bestleistung. Denn die zweite Aufgabe heißt, findet das Pinguin-Baby. Und das ist eigentlich wirklich relativ einfach, insofern man es nicht verkackt. Aber ich kenne mich. Ich werde es tun. Hier ist das Pinguin-Baby. So, und wenn man jetzt weiß, wohin kann man... Da relativ schnell hinlegen. Ich glaube... Genau. Man nimmt nämlich hier keinen Fallschaden in der Eiswelt. Deswegen kann man hier einfach runterjumpen. Und dann ist die Sache relativ schnell erledigt. Ach, ich spring einfach hier runter. Das müsste auch gehen. Oh, das mit dem Schneemann habe ich früher gehasst. Ich habe vor allem ewig nicht gecheckt, was sie von mir wollen. So. Da drüben ist nämlich dann schon die Mami. Wir sind halt hier relativ langsam mit dem Pinguin. Ich darf mich jetzt nicht von dem Schneemann treffen lassen. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht. Ich darf nicht mit dem Schneemann laufen. Das ist so ziemlich der sichere Tod. Aber unter ihm durchspringen geht gerade noch so. Jetzt wird es knapp. Dreht er jetzt? Nein! Ich wusste es jetzt nämlich gerade nicht, ob er hier dreht oder... Ob er hier dreht oder nicht. Man kann auch mit einem Hops von ganz oben zur Pinguin-Mutter. Ich wusste jetzt aber leider den Weg nicht mehr, den perfekten. Deswegen muss ich das jetzt etwas umständlicher machen. Aber das ist jetzt nun wirklich nicht weiter tragisch. Es gibt nämlich zwei Pinguin-Babys. Das eine ist halt das da. Aber man kann sich ja denken, dass das dann fake ist. So. Abgegeben. Bitteschön. Und das ist doch... Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß. Ich verneine dich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Also, wenn man jetzt das eine Pinguin-Baby hinbringt und sagt, das ist doch nicht mein Baby. Was will ich mit dem Scheiß? Und ja. Das Richtige war halt eben ganz oben. Und damit haben wir das eigentlich auch schon erledigt. So einfach kann das gehen. Also, der Kurs ist hier eigentlich relativ einfach und auch schnell zu bewerkstelligen. Wie gesagt, wenn man sich jetzt hier nicht allzu blöd anschaut. Besiegelt und schnell ein Pinguin ist das Rennen, von dem ich gerade noch erzählt habe. Nämlich, jetzt müssen wir ein zweites Mal in diese lustige Rutsche rein. Und da wartet diesmal ein Pinguin auf uns. Grüezi. Hallo, Mario. Du siehst aus, würdest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollen? Und ich sage, na klar. Es ist zwar noch niemandem gelungen, mich den Schledderkönig aller Klassen zu besiegen, aber du kannst es ja mal so versuchen. Wie sieht es aus? Und ich sage, yo. Und der Assi hat jetzt hier erstmal Vorsprung. So, aber den holen wir gleich mal auf. Man kann, indem man das Steuerkreuz nach vorne drückt, etwas schneller runterschlittern als... Wenn man... Fuck, da war ich zu schnell. Wenn man nämlich das Steuerkreuz nach hinten drückt, dann wird man langsamer. Also man bremst quasi ein bisschen. Aber da war ich jetzt gerade zu schnell. Also da habe ich mich etwas überschätzt. Sehr schade eigentlich. Aber das ist jetzt auch nicht weiter dreistisch. Das heißt, normalerweise springt man da ja bei dieser Stelle wegen den Münzen. Und wenn man dann auch ganz safe nicht runterfällt. Das nimmt aber ganz schön viel Zeit. Also da macht der Pinguin einiges gut. Deswegen wollte ich es jetzt versuchen, ohne dass ich... WTF? Ich habe gerade das Rennen nicht allen Ernstes gestartet. Ohne mit dem Pinguin zu reden. Oh, das ist nicht euer Ernst, ne? Oh mein Gott. Dann fahre ich es jetzt trotzdem nochmal kurz normal ab, damit ich mich schon mal an die Strecke gewöhne. Weil wie gesagt, abkürzen verboten. Und ich muss hier in einer Kurve, muss ich definitiv ein bisschen vom Gas gehen. Nämlich in der hier. Hier seht ihr selbst, du wirst mit Münzen quasi zugeschissen. Also in der Welt hier die 100 Münzen zu erreichen ist easy. Jetzt muss ich aber trotzdem sterben. Hier am Ende ist nochmal ein bisschen gemein. Weil da diese Glasbrücke quasi war. Ich sammle jetzt den Stern ein. Eigentlich wollte ich mich jetzt umbringen, aber ich sammle jetzt einfach den Stern ein. Weil dann spare ich mir ein Leben. Macht eigentlich auch Sinn. Dann ist mein Leben nämlich nicht ganz so wertlos. So, also 61 Stellen. Also das hier ist wirklich super einfach. Das sollte man relativ einfach schaffen. So, also nochmal. Diesmal also nicht einfach wie wild da hinspringen, sondern das Ganze richtig machen, bitte. So, ab in den Kamin. So, mein lieber Pinguin. Jetzt machen wir das Ganze auch richtig mit Startsignal. Und there we go. Los. Also eigentlich ist das Renngewinn kein Problem. Aber halt auch nur eigentlich, wenn man halt eben keinen Scheiß macht. Ich spring jetzt hier, weil da gehe ich auf Nummer sicher. Ich sollte... Ah, schau mal an. Oh, fuck, 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 fuck. Holy shit. Der ist jetzt vor mir. Der ist vor mir. Ich muss hier aufpassen. Boah. Ah, das war knapp. Das war... Shit war das knapp. Boah, der Pinguin ist schnell. Der ist schnell. Das ist ein Pinguin, Mann. Das ist der Schlitterkönig. So, jetzt nur noch am Ende keinen Scheiß bauen. Boah, das war knapp. Puh. Jetzt kommst du erst an? Gerade wem warst du noch neben mir, du Lappen? Hallo. Hier, gib mir meinen Stern. Ich hab dich besiegt. Hallo? Ah, jetzt. Du, du, du hast mich geschlagen? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich bin der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Powerstern. Du hast ihn dir verdient. Na, das ist doch mindestens so viel wert wie eine Goldmedaille. Aber mindestens. So, Stern Nummer 3. Here we go. So, jetzt schauen wir mal, was ich als nächstes mache. Aber als nächstes kennen wir eigentlich wieder die 100 Münzen. Ich könnte aber auch das Schlimmere übel versuchen. Denn die Aufgabe, die hat mich früher hart gelangweilt. Die fand ich richtig anstrengend. Also, ich finde die 8 roten Münzen. Das ist jetzt die eine Sache. Ich gucke jetzt mir erstmal das andere an. Nein, 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 nicht runterfallen. Denn, das war nicht hier, sondern da, oder? Ja, genau. Ach, guck an. Der existiert gar nicht. Der existiert nur, wenn man die Aufgabe auch macht. Das wusste ich jetzt nicht. Das bedeutet so viel wie, wir werden doch jetzt versuchen, die 8 roten Münzen zu sammeln. Ähm, keine Ahnung, ob mir das gelingen wird. Ich weiß nämlich auch gar nicht, wo die sind. Ich glaube, hier ganz am Anfang... Nee, da konnte man sich porten. Da konnte man sich runterporten. Das ist aber... Nein, ich weiß nicht. Ich glaube sogar gar nicht mal so blöd. Ich mache jetzt erstmal das Rennen. Also, das Eisrennen. Weil, da muss man ja sowieso... Muss ich ja sowieso machen. Weil wenn, dann kombiniert ist er jetzt mit den 100 normalen Münzen. Das ist klar. Ach, du willst schon wieder ein Rennen. Nö. Will ich aber nicht. Sorry. Soll hier schnell genug sein für die Blaue? Und da fährt man aber am besten das Rennen normal. Weil es da ja eine Stelle gibt, wo man sau viel Münzen kriegt. Nämlich nach dieser Kurve hier kommt die Stelle. Boah, das war schon wieder knapp hier. Jawohl. 60 Münzen haben wir damit schon. Also, das ist eigentlich überhaupt gar kein Thema. Ja, das finde ich geil. So macht mir das Spaß. Da hatte ich jetzt ein bisschen Schiss. Ach, guck an. So kann man es auch mal. Da hatte ich jetzt ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe mir das jetzt gespart. So, den nehmen wir jetzt natürlich nicht auf. Oh, fuck. Ich glaube, ich brauche hier auch schon so einen Bob-Omb. Ah, ich erinnere mich. Da musste man sich da rüber schießen. Da wartete mich auch noch ein Stern. Da musste man so ein Wall-Jump-Ding abliefern. So, da drüben wäre jetzt auch wieder dieser Port. Den, glaube ich, muss ich auch gleich nehmen, um wieder nach oben zu kommen. Schauen wir euch mal. War da hinten noch was? Ich hatte fast ein Gefühl. Ja, das ist da hinten in der Ecke. Ich muss hier ein bisschen langsamer sein, weil man schlittert hier doch schon ganz schön extrem teilweise. Und ich möchte ja nicht runterfallen. Ja, hier ist dieser Teleport. Damit man eine Chance hat, wieder nach oben zu kommen. Weil das kann man ja eigentlich nicht. So, Vorsicht, nicht zu weit. Genau. Denn, äh, wie willst du sonst wieder nach oben kommen? Du schlitterst ja einen Berg runter. Und da kannst du ja, logischerweise, kannst du diesen Berg dann nicht mehr hochrennen. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Wo waren die Münzen hier? So, wir rutschen jetzt eigentlich auch diesen Berg hier runter. Also, das Level ist geprägt vom Rutschen. Und jetzt bin ich definitiv runtergefallen. Ich hätte, ich dachte jetzt eigentlich jetzt verreckig, aber das, äh, habe ich jetzt irgendwie ganz cool gelöst. So, das ist Nummer 5. Jetzt schau ich mal. Hab ich hier, war hier auch noch einer? Weiß ich jetzt nämlich nicht. Ich weiß, dass auf jeden Fall nur noch eine Münze fehlt. Aber hier war dann wohl nichts. So, Vorsichtig. Vorsichtig. Nicht drunter fallen. So, hier waren, glaube ich, nur Münzen drin, ne? Oh, nicht erwischt. Komm schon. Und. Ja. Ach, sogar nur ein extra live. Weißt du was? Mach, was du willst. Interessiert mich ja überhaupt nicht. Mich interessiert zum Beispiel jetzt dieser Gegner. Ups. Den ich aber auch nicht beanspruchen werde. Weil mit der nächsten roten Münze... Ja, da ist sie. Äh, mit der, oder mit der nächsten normalen Münze sammle ich ja auch schon... Ach, da war sogar die rote. Ja, genau. Sammle ich den, äh, 100, äh, den Stern für die 100 Münzen. Jetzt hab ich 6 rote. So, jetzt wird's interessant, weil jetzt weiß ich nämlich auch gerade absolut nicht, wo die anderen sind. Hier ist noch eine. Und die letzte rote? Das ist... Eine gute Frage. Ist die... Ach, da, ah, da muss ich dann hin. Um... Ach, shit. Das war eigentlich die letzte, die ich hätte sammeln sollen. Ich glaub, die letzte rote war aber... Die war doch bei diesen... Uiuiui. War die nicht da drüben bei dem, bei dem Baum? Doch, da war die schon, oder? Da musste ich aber erst mit einem Bob-Omp sprechen. Und der Bob-Omp war... Der ist die große Frage, wo war der Bob-Omp... Ich könnte von hier aus auch auf die Insel springen. Das geht aber am meisten schief. Ach, da ist der Bob-Omp sogar. Ach, das geht sogar nicht mal schief. Das Problem ist nur, er macht die Kanone jetzt zwar auf. Deswegen weiß ich aber immer noch nicht, wo die letzte rote Münze ist. Hehe, hee. War... Kam hier nicht auch noch eine Eule raus? Nein? Das ist sehr ärgerlich. Dann war die letzte rote vielleicht tatsächlich auch da drüben. Und die wollen jetzt von mir, dass ich... Boah. Alter, ich will doch einfach nur... Hier wieder festen Boden unter den Füßen haben. Komm schon. Alter, wenn ihr mich jetzt immer da hinten hinschickt... Äh, ich verreck jetzt hier nicht, Leute. Ich verreck jetzt hier nicht. Ja, genau das habe ich aber befürchtet. Oh, jetzt hat... So. Ach, da gab es einen Aufwind. Ach, an den kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Nein! Nein! Ich bin jetzt eigentlich allen Ernstes in diesen Drecksstern reingeflogen. Oh my fucking God. Oh Gott, oh Gott. Das war schon fast epic, muss ich zugeben. Oh, okay. Nein. Ruhig bleiben! So, und jetzt bloß nicht. Bloß nicht in diesen Stern rein. So. Und bitte, 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 bitte war der... War der rote da drüben. Weil sonst weiß ich es nämlich nicht. Ähm. Ich weiß, dass da drüben auf jeden Fall ein Stern ist. Das ist soweit klar. So hat er es auch nicht zu weit schießen lassen. Boah, das habe ich ausnahmsweise mal ganz gut hingekriegt. Aber das Problem ist, dass wenn ich den roten jetzt sammle, dann muss ich ja nochmal komplett zurück. Boah, das ist ja schon fast heftig. Ne, da war der nicht, oder? Ne, der war da nicht. Weil das wäre ja ein bisschen viel verlangt eigentlich. Hmm. Wo war der letzte rote? Tja, wohnen wir, wem man dies nicht weiß. Dann muss man suchen. Jaja, es ist eine Tragödie. Ich habe dir den schon zurückgebracht. So tragisch kann das gar nicht sein. Jetzt muss ich nochmal nach oben. Wir haben ja aber eigentlich schon alles abgesucht. Das heißt, vielleicht sollte ich doch nochmal normal runterrutschen. Aber ich bin ja einmal, bin ich ja runtergefallen. Vielleicht war das der Fehler. Ruhig bleiben hier, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Kann nämlich sein, dass er hier mitten auf der Strecke liegt. Tja, oder auch nicht. Ja, da, oh. Uh, was habe ich denn jetzt gemacht? Aber da drüben habe ich noch was gesehen. Da drüben habe ich noch was gesehen. Das möchte ich mir jetzt nur mal eben noch angucken. Nein, nicht mit ihm sprechen. Gut. Weil da war nämlich noch irgendwo was, glaube ich, wo man noch blaue Münzen rausholen konnte. Ansonsten habe ich gerade echt überhaupt gar keine Ahnung, wo das sein kann. Ah, das Spiel. Ähm. Ja. Einfach nochmal. Ne, den bei dem Aufzug, den habe ich ja auch schon. Langsam. Ich hau jetzt erstmal hier einen Safe ein. Damit ich nicht... Ah, da, 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 da war noch was. Habt ihr es gesehen? Da unten, also bei dem Schneemann muss ich gucken. Bei dem Schneemann. Jetzt würde mich trotzdem interessieren, was... Hier war, kommt man da überhaupt hin? Ja, kommt man. Hier waren noch blaue. Da muss doch... Ey, hier muss doch dann noch mehr sein, oder? Zwei blaue Münzen nur. Ah, da geht's zum... Zu dem letzten roten. Also zu dem Stern des roten. Aber hier ist nichts mehr. Verdammte Axt! Das... Na, dann kann's ja nur noch bei dem Schneemann da sein, wo dieser Ausrufezeichenblock noch war, oder? Aber von dort aus, da komme ich gar nicht hin, oder wie? Muss ich da mich auch runterfallen lassen? Boah, das kann sein, dass ich das sogar muss. Aber normalerweise... Macht man dann hier, kommt man dann von da oben. Oh, das habe ich sogar geschafft. Guck mal an. Das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht. Nee. Hier runterfallen lassen, quasi. Na, komm schon! Ja, da ist sie tatsächlich. Oh, das ist fies, ne? Äh, schon hässlich platziert, muss ich sagen. Also einfach machen sie es einem nicht. Jetzt hoffe ich, dass ich von hier aus zufällig da auch hinspringen kann. Das wäre nämlich optimal. Boah, ich suche jetzt hier schon echt lange. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Jetzt probiere ich den Sprung. Den habe ich gerade so perfekt hingekriegt. Aber ich traue mir, dass ich ihn jetzt, jetzt wo es drauf ankommt, nicht hinkriege. Na, was sage ich? Gut, dass ich, äh, da Bescheid weiß und mich da nochmal hinkriegen kann. Oh, gut. Okay, dann haben wir den jetzt auch. Und, äh, jetzt gibt es dann noch zwei weitere, äh, Sterne hier. Das ist einmal ja dieser Schneemann und dann diesen Wandsprung, von dem, den ich schon angeteast habe. Und, äh, um die werden wir uns kümmern. Im nächsten Part von Super Mario 64. Im Zweck wird defensiv. Ich schätze ich. Und, äh, um den Rest somai, auch lifesdenweichen.